hallo zusammen in diesem video zeige ich euch drei weitere applikationen die dazu gekommen sind und zwar von microsoft einmal das word dokument die excel tabelle und die powerpoint präsentation für alle die das office paket sowieso nutzen und schon am laptop oder pc zu hause von daheim aus oder von der arbeit schon arbeiten können somit von der meta quest direkt weiter arbeiten oder neu erstellen ihr könnt euch natürlich mit eurem bestehenden konto anmelden ab jetzt könnt ihr einfach mit der virtuellen tastatur weiter schreiben oder bearbeiten oder eröffnet einfach noch eine excel tabelle und führt sie noch mal parallel neben das word dokument drauf für alle die gerne mit mehr monitoren arbeiten einfach perfekt das gleiche gilt natürlich noch mal für die powerpoint präsentation die könnt ihr auch noch mal neben dran schieben und somit habt ihr jetzt bis zu drei fenster die möglichkeit gleichzeitig zu arbeiten wenn man jetzt noch die hand tracking aktion aktiviert bei der meta quest hat man die möglichkeit auf der virtuellen tastatur einfach weiter zu schreiben mein persönlicher tipp mein persönlicher tipp holt euch eine bluetooth tastatur das wird euch das arbeiten erleichtern ich hoffe euch hat das kurze video gefallen vielen dank fürs zuschauen ciao